Wie besser wird es jetzt nicht sein, aber beim Bestes jetzt getan, soweit. Sambo mit ins Team genommen. In der Hoffnung, dass die Verteidigungsreduktion ein bisschen was bringt von ihm. Mal sehen. Und sein, dass ich wieder rumwechseln muss. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Ich müsste es, glaube ich, wieder einstellen. Nächste Mal. Ah. War das irgendwie falsch, oder? Oder ist es... Ja, ich muss anders drehen. Oh, jetzt kann ich drauf, ja. Was bringt das? So klappt es. So klappt es. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. So, du gehst da mal mit. Jemand schreibt mir. So, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst. So, du gehst, du gehst. So, du gehst. Oh, 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 oh. Every Silvermane guard here, every person here is ready to sacrifice themselves, ready to spill their blood for Belobog at a moment's notice. Yet here you are, leading fugitives into the restricted zone, attacking my Silvermane comrades in arms, hijacking the energy hub. Oh, 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 oh. Ah, ja, schwierig. Muss ich nochmal zuhören. Ah, was ich noch mal zuhören? Oh, was ich noch mal? Ah, was ich noch mal hier? Oh. Es ist schon ein bisschen schwierig für ihn jetzt, da jetzt eine gescheite Entscheidung zu treffen. Es steht hier auch total unter der Fruchtel von Kokolio. Und die erzählt ihm natürlich was vom Bär, nehme ich mal an. Ich glaube jetzt nicht, dass die so meine Wahrheit bleiben. Hä? Okay, das ist jetzt wieder voll gelogen. Sag ich doch, die sagt mir die Wahrheit. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu krass mit seinem komischen Schill. Ei, ei, ei. Sie ist schon mutig. Kokolio ist gefährlich, dass wir sie auf dieses Wissen haben. Dass die Wahrheit wird weit und weit. Dass wir die Welt zu retten, müssen wir alles riskieren. Es ist eine Wache. Was ist das? Ja. 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 Oh yeah. Was er macht. So. So. Den kriegen wir down oder was? Ich finde den gar nicht schlecht. Ich habe das Gefühl das andere war vorhin schlimmer als er. So. 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 Oh, toll. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Der Künstler ist der König. Und für mich, um den König zu betrachten, du musst es für meine Zeit machen. Lass uns das schnell schnell machen. Was ist das? Vielleicht 10 zu deinem Wunsch. Look, listen, feel quick. Jetzt muss ich ihn aber heilen. Oh, der hat, glaube ich, jetzt gebufft. Oh, der hat. Oh, der hat, glaube ich. Es ist Zeit zu zeigen. Was ist in your description? I owe you one. Stay off! Much better. You'll hate this. Come on, come on, come on. I'm gonna go. No, oh man. I imagined him worse. He'll do both to the death. That's why he bugs the heck out of me. Listen up, Japard. Take a look around you. You're the last man standing. The last man standing. Ja, die anderen sind alle fertig. Darf er auch nicht. Irgendwann irgendjemand. Pragmatisch ist genau. Eigentlich genau das falsche. Finde ich jetzt gerade. Es ist dann ja so emotionsarm, ne? Nur rational. Keine Ahnung. Pragmatisch. Ja, zielorientiert. Sein Ziel ist aber eigentlich ein anderes als euer ist hier. Der will seine Pflicht machen. Pflicht erfüllen. Ja. Aber die hat jetzt vielleicht auch schon wieder die Seiten gewechselt. Wer weiß, wer weiß, was die Mutter ihr da für einen Mist erzählt hat. Lady Bronia? Oh. Oh. Vielleicht hättet ihr das früher sagen sollen. Oh. Oh. Jetzt hört er endlich mal zu. Was? Ui, ui, ui. Ja. Ich darf nicht einfach sagen, nö, mache ich jetzt mal, was ich will. Ist klar. Ich kann noch weiter kämpfen. Oh, mein Gott. Genau, wir machen dich jetzt einfach noch eine Runde blannen. Aber, Lady Braunya ist der Kommandante für die Front Lines. According zu dem Protokoll Militär, wenn die Kommandante der Kommandante und die Kommandante der Kommandante mit den Architekten hinter der Runde fließen, ein Soldat muss auf der Posten bleiben, und weitere Direktivitäten. Für die Silvermane-Guards, die Guardian's Orders sind absoluten und absoluten. Aber es ist etwas von gleichem Worte in der Oath, die wir nehmen. Die Leute von Belobog. Wenn wir die Leute verlieren, wir verlieren die Grund für unsere Existenz. Unsere Kampf mit den Fragmentum-Monstern ist für die Sache der Preservation. Aber unsere Kampf mit dir? Ich habe nicht gesehen, das Ziel. Wenn Sie wirklich können, um unsere Endlich-Unfolding-Missfortunes zu verhindern, dann sind die Leute von Belobog für Sie. Aber wenn Sie die Böse benutzen, um meine Frau und Branya zu tun, um meine Frau und Branya zu sein, dann bin ich von Klapoth, dann bin ich von Klapoth, um meine Frau und Branya zu tun. Sie sind nicht lieb. Ich versuche dir. Oh. Du musst sein, Zehla. Du bist ein Wettbewerb. Du bist ein Wettbewerb. Deine Wettbewerbs-Style ist nicht so wie das von den Garten. Regardless von dem, was du glaubst, diese Leute haben eine großartige Hilfe in der Unterwelt. Viele Leute würden sie für sie verkündigen. Hmm. Ich bin sicher. Oh, jetzt wird er korrupt. Na, die jetzt durchlässt. Ja, fast 25. Dann kriege ich wieder... Kult. Junge Wache. Okay. Weit sind wir. 20 Minuten. Okay. Ja, komm, mach Tür auf. Dann wird's bestimmt eklig. Ja. Dann lässt du durch. Ja. Mach das jetzt. Haben dich ja auch gesehen. Ich glaube, ich werde einen Feuerkorakter mitnehmen müssen. Ist wieder so voll... ...eisige Hölle hier. Ups. Direkt Monster. Ja, ja, doch. Vermutlich. Nicht für Bronja. Für das große Ganze. Ja. 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 Feuer und Eis. Ja, Feuer dabei wäre ganz cool, aber... ... 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 Nützlich doch. Aber der verreckt ja gleich. Heilen deinen Kompanion. Gut heilen tut sie ja. Ich bin nicht so tot. Piep piep. Ja komm. So schlecht finde ich den gar nicht. Okay. Damage over time is so cool. Sieht übel aus. Oha. Oha. Imagen wie er Habib. Oh. Nö. Heel dem. Und durchslebstach. Oha. Just a scratch. Ja du bist reich. Du stirbst gleich. Nichts da. Auch nicht scratch. Heftig. Der imaginäre Typ. Egal. Use it. Eigentlich zwischendrin heilen. Irgendlich nett noch. Die drei. Oh. Oh. Damage macht er halt. Dafür muss ich die Staben geben. Ja komm. Oha. Meine Güte. Autsch. Vielleicht nochmal. Oha. Inna da jetzt gekillt hat. Was macht die denn da jetzt? Ah die hatten jetzt belebt. Ah. Danke. Oha. He feels unheftig. Sounds like more business knocking. He he. This battle is unavoidable. Oho. Oho. Jetzt sind wir wieder fertig. Heeeep. Ich muss das eigentlich jetzt alleine schaffen, das ist fast nicht möglich. Oh. Oh. Oh, jetzt. Oh, der ist wenigstens tot, aber die anderen, die haben das Leben nicht auf. Aber er macht auch Gammel. Der hält viel aus. Oh je. Wenn er das schafft, wäre das echt krass. Ah, das wird schwierig. Ah. Was will die jetzt noch ausrichten? Ich kann nicht mehr viel ausrichten. Oh. Oh. Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. We must protect... Mein Gott. Schwäche. Ja. Quantum habe ich nicht. Die andere habe ich nicht gelevelt. Er ist schon cool, aber... Nochmal. Sehen, ob es jetzt besser klappt, ansonsten nehme ich Bronja raus. So, wo rein muss ich überleben? Keine Ahnung, Schilder zu sprechen. So, mal gucken. Ist ja irgendwie so ein bisschen klappend. Hertha nicht gelevelt. Und die andere, die Asta, auch nicht gelevelt. Ja, mal sehen. Ice war ja auch mit dabei. Ja. Ja. Auf. Sie mit Kapur. Nöchne. Wie funktioniert es? Richtig. Hä? Ja. Wie funktioniert es? Auf. Wie geht es? Dann geht es weiter mit einem... Ich warte ein insecches... Wie lange. Nöchne. Ja, sie kann auch der Weg gehen. Dieses Viech, das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Aber jetzt geht es ja. Toll-Jai-Ka-Fight. Oh. 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 Oh, Troublesome. Oh, Troublesome. Oh, Troublesome. Damage Delo. Oh, Troublesome. Oh, Troublesome. Oh, Troublesome. Oh, Troublesome. Sometimes check out this awesome move. Let's make it quick. Das war's für heute. Heyaah! Heyaah! Your assistance is timely. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them! Let's go. Let's go away. Hiya! Agh! Agh! I told you, Jepard, the barrier hasn't been fixed yet. This is... only the first wave. They'll have reassembled soon. I have to... Hey, Mr. Silbermane. Listen to your sister. I can tell just by looking at you that you haven't fully recovered. Outsiders. Zeela. The second wave hasn't started yet. Make the most of this opportunity and make a break for it. Huh? Sir Ball! Aren't you gonna look for the Stellar on with us? My brother can't hold them back by himself. He wasted a lot of energy on us. He's my responsibility now. Besides... If I'm not here to help, I don't know what might happen in the next wave. I wanna go with you. I do! Hm. Oh. I think that works well. Hey, March. Don't forget to take a picture of the Stellar on for me. Huh? Say no more. We're good at this. Don't worry. Whoa. Woah. Woah. Oh, oh. Oh. Jetzt kommt wieder der Song. Hm. Vermutlich nicht. Boah, toll diese Meinung, ne? Ja. Hm. Oh 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 You have no guide and no way of detecting the steleron We'll just have to advance gradually And cautiously Don't be disheartened The stronger the fragmentum contamination The closer we are to the source Okay Oh Look up ahead on the ground This is Bronya's Yeah So she's She's been here already That's Bronya Is that Cocolia too Oh No It isn't them Oh It must be A kind of echo Some Which means they were definitely here right It looks like they went that way Just in time We had no idea which direction to take Let's go Okay Oh 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 Das ist so gruselig Das ist so gruselig Das ist so gruselig Du heiliger Das wird aber erst mal vorbei hier So March-Style Nicht direkt wieder Oh Let's make it quick You couldn't have done it without me Show your courage Let's go I told you I could fight Stay right there while I give you a present You can't run Gotta try hard sometimes Check out this awesome move This battle is unavoidable Looks like somebody needs a doctor Try that again There's always a weakness You can't run If you're a ghost You can't run You don't know You can't run You can't run You can't run You can't run You can run Ja. We're deep in the Fragmentum's heart. Oh. There we go. Hey. It's like trees, right? Oh. 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 So lange bis es passt. Ich glaube immer noch nicht, oder? Nochmal. Jetzt kann ich drauf, oder? Jetzt kann man... Da hinten kann man hin? Aber da nicht, oder? Mal gucken. Ups. Sind das jetzt endlich mal Artefakte vielleicht? Hä? Öl ist der Korrosion. Ah, das ist das, was ich für den Pass brauche. Auch endlich frei. Okay. Ah, Relikte. Ja. Ja, aber nicht jetzt. Ja. Da sind wir. Ja. 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 Stay right there while I give you a present! Try that again! The time is now! Lend me your strength! Let's make it quick! They're made to be broken! Nice and straight! Mm-hmm. Let's go. Hiya! Hmm? Ha! So... Yeah. Oh, shiny! Ooh! Sparkly! Shiny! Sparkly! Oh, noch einer! Da ist auch direkt noch ein Kistchen hinten dran gewesen. Oh! Okay! I like that! I like that! Das ist nur ein Spekulation. Aber vielleicht ist es die Stelarons, die Informationen zu Cocholia Und der in deinem Körper ist mit den Stellarons in diesem Weltkrieg. Huh? Das heißt, dass Stellarons kommunizieren können? Ich habe das noch nie gehört. Na gut, es gab nie jemanden, der ein Stellarons in ihrem Körper könnte. Hm. Hm. Fins. Wow. Gut. Letzter. Da muss ich hin, okay. Okay. Äh, ist das richtig? Wenn du willst, dann geht's zur anderen Seite. Okay. Nochmal. Oh, ich bin kein Problem dafür. Oh. 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 andere Brücke gehen da muss oh, wo steh ich jetzt? ich steh wieder hier, oder? muss ich kann ich das hier sehen? darüber kann? ach, du liebes Pasion rotu rotu wahrscheinlich jetzt hier im weg wie komme ich da rüber jetzt muss das ding hier da drüben wie muss ich drüben das wird das schon hier aus nicht sehen kann das muss eigentlich hier ja weinen können jetzt klappt es ja 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 Oh, der hat es gleich gebrochen hier. Ach, wieder so ein Viech, ey. You have the worst luck running into me. With me out here, how can we lose? Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Hm. Look, listen, feel, get. Oh, der hat sich schön dort hat. There's always a weakness. Yeah. Was ist jetzt? Lend mir deine Kraft! Was ist das? Just a scratch. Meine turn! Stay right there, while I give you a present! Looks like somebody needs a doctor! Gotta get those Vitamins! Mädchen-Power! Oh, tschüss! Kiste. Oh Gott! Ich glaube nicht, dass ich den Kampf haben möchte hier. Oh Gott! No! Anderer Weg. Ah, ja. Hier. Goliath, echt. Oh, da sind wir noch Kiste. Haben wir? Ah! Oh Gott! 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 Da kommst du. Wo ist es? Das war's. Das war's. You can't run. Let's make it quick. I told you I could fight. You'll pay for this. The time is now. Lend me your strength. Let's go. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Let's make it quick. Gotta get those vitamins. Thanks a lot. The time is now. Lend me your strength. Let her up. Try that again. You can't run. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Looks like somebody needs a doctor. Your assistance is timely. Let's go. Rules are made to be broken. For your sins. Time to show you. What's in your prescription? Oh, 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 oh. This battle is unavoidable. The time is now. Lend me your strength. We've entered the storm. Fällig. To guard and defend. Crush them. Let's make it quick. Fass tot. Komm. Er tot. Ja, okay, fine. Nicht ausregen lassen. Mein Gott. Stier. Jawoll. Nein. Oh, okay. Unlike those random low-level Fragmentum creations, this one seems to have a mind of its own. It seems to be able to use complex tactics. Look, Bronya and Kokolia's Echoes. They must have come through here. Hey, stay with it. This is the final push. I sense that we're very near to the northern snowblains. This is where the first Guardian led the Silvermane Guards into battle. She made huge sacrifices for the sake of temporary respite. But the otherworldly Legion did not tire. She soon realized that flesh and blood could not contend with so ruthless an enemy. When all was nearly lost, she chose to set her sights on the Stellarone. And made the first wish. As for what came later, even though it was... So, the Eternal Freeze was a disaster brought about by a human wish? Ugh. Ironic, no? All the Stellarone did was answer humanity's call. And yet we kept its existence a closely guarded secret for centuries. Even going so far as to attempt to use it to control the Stellarone. Woeful. Laughable. It? Something created using otherworldly technology. An inhibitor that a corporation from the Old World and the Architects attempted to use to house the Stellarone. Oh. I know you have many questions, my daughter. Be patient. Soon you will have all the answers. Hmm. 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 Okay. Ton that John Hummel... How cool that name was like... Let's go. I told you I could fight. With me out here, how can we lose? You'll pay for this. The time is now. Lend me your strength. Looks like somebody needs a doctor, huh? Troublesome. You can't run! Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! This is our chance. Rules are made to be broken! Um. This is our chance. My turn. Look, listen, feel, kick! Time to shove. What's in your prescription! Try that again! This battle is unavoid evildoer. You couldn't have done it without me. Oh. Oh. Ay, ay, ay. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them! Let's make it quick. Das war's für mich. Ich kann keine Ahnung... Ich kann keine Ahnung... Ah, das ist immer besser. Oops. Oh, komm, komm. So. Oh. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig dran. So. 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 Jetzt muss ich farmen. Was ist das? Immer Winterhügel. Haben wir noch einen? Aber hier haben wir. Noch nicht belebt sind, wenn bei Verbündung mit Belebung hält die Belebungsdauer eine. Okay. Okay, das sind krasse Sachen hier. Läuft vielleicht noch ein bisschen besser hier. Dafür brauche ich viel. Okay. Okay, mehr geht nicht noch. Das muss ich irgendwie hinkriegen. Okay. Was ist denn bei dir los? Ich glaube, bei ihr habe ich diese ganzen neuen Sachen. Okay. Was ist das? Was ist das? Okay. Man, man, man. So. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh! 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 Haut rein! Oh! Oh! Oh, ich habe nur sie dabei, die ich Damage machen könnte. Ach du Schande. Oh! Das wird schwierig. Es wird hart. Falsche Charakter. Oh Gott. Der einzige, der vielleicht irgendwie ein bisschen Dämmend machen kann. Oh je. Sie! Die kann ja nicht. Oh Gott. Das geht schief. Feuer, Elektron, Quantum. Wir haben das durch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Mit Heilen und dem ganzen Kram und... Brauch jemanden, der das Schild bricht. Oh, das ist natürlich nicht so gut gelevelt. Ich glaube, ich habe auch nichts zu leveln. Angriff aller Verbündeten. Immerhin, ja, das muss ich noch nicht mal leveln. Wobei... Ich habe genug. Ich kann es leveln. So. Und... Was war das noch? Elektro... Oh... Mal weniger buffen. Dafür Schild brechen. Er ist halt schon 40. Er ist nicht gut. Er hat das nicht gelevelt. Huck ist nicht gelevelt. Huck mag ich auch leider irgendwie nicht so. Probieren wir es doch mal da, ne? Was hat die jetzt eigentlich? Ja, es ist nicht ganz low. Mal gucken, was wir hier noch machen können. Okay. So. Was ist mit dir? Ach, sie ist halt... Ja, das ist schön. Ich will brechen da. Ja. Je schneller sie sind, umso besser. Okay. Er muss Beinwilz vermutlich sehr viel... heilen. So. So. Mal gucken. Ja, die kriegt natürlich direkt voll drauf, weil sie so low ist. Oah. Ja, was schon geht weg. Anders geht's halt, Mann. Oh. Ja, was schon. Oh. 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 Das ist auf jeden Fall jetzt schon besser. Macht nichts. Das ist auf jeden Fall. Energie aufbauen. Will Kuh machen. Yes. Noch Wein. Das ist auf jeden Fall das Ding weg. Das ist auf jeden Fall. Oh Gott. Sie hat zu wenig. Ja genau, gibt's hier jetzt. Was? 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 Wenn die Fülle ist, kann ich auch. Ich bin schnell. Wenn die jetzt stirbt, kommt sie nicht so schnell wieder. Geht nur einmal, oder? Ich muss ihn heim. Geh weg nochmal. Das ist gleich viel. Awww, das tut uns wieder weh. Ich muss die Tratowel. Die Regeln sind gebrochen. Turn up the volume. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer us all. Ich kann nicht heilen. Ich kann nicht heilen. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Oh, meine Güte. Mehr kluge als sie stammt hier. Und sie heilt sich auch. Ja. Weg mit dem Schild. Yep. Das ist auch meine Chance. Was? 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 Ah, jetzt hat sie schon wieder ein Schild. Ah, die blöde Kuh. Jawoll. Was ist das? Wir sind ja auch so. Oh, nein. Oh, nein. Was ist das? Oh, nein. Das ist das? Oh, nein. Oh, nein. Das ist das? Come back with this shit. Noch leben, Sonne. Schoss, schoss. Komm, lass uns weg. Schoss, schoss. Schoss, schoss. Schoss, schoss. Schoss. Schoss, schoss. Schoss, schoss. Schoss, schoss. Schoss. Schoss, schoss. Schoss, schoss. Schoss, schoss. Oh. Oder zu sagen, in einer anderen Art, das ist eine hecke von der ersten Sprechfläche. Du hast den Jackpot gespielt. Ich wollte euch alle mit meinen blöden Reflexionen schreien, aber auf der zweite Idee, nicht heute. Sprecher mit euch bei meiner Seite macht mich so, dass kein Obstacle zu groß ist. Ah, ja. Auf ihn. Sonst genau loskommt. Ein bisschen was für alle! Nochmal! Eine Stunde dreißig. Na ja, gut. Machen wir's. Okay. Was haben wir denn da? Okay, wir haben wieder das Gleiche. Wir müssen sie mitnehmen. Aber... Eine Änderung machen wir noch. Hm. Ja. War ich sie jetzt auch gewechselt? Ja, ich hab sie gewechselt. Oh Gott. Oh! Wenn ich sie jetzt nicht dreißig mache, darf sie nicht mit? Das ist ein blöder Mist. Oh! 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 Dann... Oh! das passt gleich gar gar nicht! Das passt mal glatt gar gar nicht! Sie ist ja auch nicht 30, ne? Äh... Da stand er doch gerade auch Probieren was Physisch ist ja auch Der Eternalfreeze Die Architekt haben das gebaut? Was ist das? Das ist nicht er soll doch irgendwie besessen werden von dem ja und du glaubst es einfach ja 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 Oh, oh. Die ist voll besessen! Das hättest du wohl gerne! Jetzt ist Krieg hier! Ja! Und zwei, du weißt, was ich gesagt habe? Wenn etwas passiert, ich werde dich schützen. Du weißt, dass du, wenn das Dämpat ist, wenn du komplett vergessen hast, dann, dann werde ich dich einfach nur abschneiden und zurückbekommen. Oh Gott, was kommt jetzt? I have told you all the truths there are to tell. The deal with the Stellarion, the wish I made to it. There are no more secrets between us. Many years ago, the voice of the Stellarion sounded in my ears for the first time. I was no different from the previous generations of guardians. I withdrew, refused to hear. I was as you are now, bitterly defending the Architect's so-called preservation. My conviction was once steadfast, unparalleled. Until a sudden change arrived and threw everything into chaos. Another choice appeared before me. A subversion of the old order. And the welcoming of a new world. And compared to the illusory, evermore distant preservation. This... I have agonized. Long agonized over how to convey all this to you. Inevitably the promise tomorrow will transpire. But if you were not there beside me to watch over that new world. Uh-oh. Then I would descend into torment. Awww. Enduring torment. Perhaps I should be thanking you, outsiders. The pressure you have imposed has at long last compelled me to confront my final weakness. Rania. Rania. Throughout your life I have never forced you to submit to my will. You have always, will, always got the force. Ja, und was passiert, wenn sie sich gegen dich entscheidet? Wird sie dann umgebracht? So now. Choose. Light up. Madame Kokoria. I am grateful to you for raising me and for allowing me the privilege of choice. Hm. Wunderschütterlich. Ich mag diesen Charakter zu von ihr. Hm. 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 What about those simply struggling for survival, fighting for something better? I've witnessed their light on the front lines, in the underworld, in places you have overlooked. Our ancestors built this city, striving in the bitter snow to prolong our civilization. Even if this world is doomed to fall apart, we should allow humanity to pave the way to its final outcome. Hm. Hm. Oh, ich mag's nicht, dass sie hier vor ihr stehen. Hm. 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 Ui. 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 Oh Gott. Kann ich. Uh oh. Und jetzt? Ui. Ja. Boah. Oh. Ja. Die will die jetzt tatsächlich. Also wir räumen denke ich. Uh oh. Oh. Muss ich jetzt nochmal gehen? Oh Gott. Jetzt dreht sie völlig durch. Oh Gott. Das ist jetzt der Kampf wo ich versage. Wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Buh. Oh. Mach viel damage auch. Oh, nein. mit mir hier, wie können wir es verlieren? Ich bin 10 zu deinen Wungen. Keihau! 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 Was ist das Monster? Was ist das Monster? Düşt! Ich bin ein Bolivian! Wie können wir einen gigantischen Geist herunternehmen? Ich muss die Spitamins holen! Keine Worte über mich. Die Wahrheit der Leben und der Todes. We think this sanctuary is but a vision! Cool. Try hard sometimes. Check out this awesome move! Oh my god. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. It's but a vision! Let's go. You have the worst luck running into me! Come on! Oh, the power is still moving! Fung ist auf der Scheisse. Was zum Geyer ist das jetzt wieder? Oh, das ist ein bisschen frei. Was ist das? Ich habe keine Interesse in stöpfen. Was ist das? Du hast das Schlimmste Glück in mir gewöhnt. Oh Na земle ist doch jemand Was ist hier? Oh, irgendwer greift an, oder? Bonja? Irgendwer Himeko, es ist Himeko! Himeko! Oh Cool Oh, Sinn! Ich darf jetzt den Helden spielen Oh mein Gott Ah Ah, jetzt nochmal auf sie drauf hier Oh mein Gott Oh Oh Oh, aber noch alleine Wahnsinnig Wahnsinnig großes Team Oh Oh So, den Schock habe ich jetzt überwunden, dass ich alleine gegen sie kämpfen soll Ahem Ahem Und natürlich Ich bin so physisch wie nur was Wie soll ich die denn bitte besiegen? Das kann er gar nicht schaffen Wie soll er das denn schaffen? Oh Es nimmt noch nicht Feuer hier irgendwie, ne? Oh Ja, jetzt irgendwie... Wo haben wir auch... Keine Ahnung... Das ist ja... Kann ich das nicht schaffen? Kann ich das nicht schaffen? Oh Ohhhh Ohhhh Vielleicht wird da jetzt endlich Feuer Oh Huh Oh 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 Gott Oh 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 Oh. Ich glaube, der wird jetzt Feuer. Okay. Tief durchatmen. Ja, da ist das verdammte Schwert schon. Oh. 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 Not to mention the haunting whisper of temptation. The day will come when even the strongest of wills cannot help but give in to such influence. It is only a matter of time before the Amber Lord forsakes us. You... you are but a stranger to us. And yet you seek to bond your destiny to ours. So be it. What is there to lose when so much has already been lost? First, touch the light of the Amber. Trainplacer. Ja, komm, gib mir mein Schwert. Renn! Yes! Ich bin so wild da drauf. Ouch! Wow! Das war mal ein Schrei. Ich weiß nicht, ich will nur noch was was wollen. Ich mag mich dann! Ich neid. Ich neid. Ich neid. Das ist RESPOND die Sache. Das ist alles. Ich neid. Ich neid. Ich neid. Ich neid. Ja, jetzt sind ja wieder alle da. Geil, der sieht geil aus. Jetzt ist er Feuer, jetzt kann er ihr Damage machen. Ich sag bloß, er kann jetzt das ganze Team schütteln, nein. Wenn er nur angegriffen wird, mag er Wille agonieren. Um den verstärkten Standardangriff einzusetzen. Oh, der macht Damage. So, würde ich mal sagen. Mit mir aus hier, wie können wir verlieren? Wir versuchen manchmal zu versuchen. Check out this awesome move. Oh cool. Oh cool. Achtung, da geht's ab. Hui. Okay. Ich sehe, es kann den Motor der Schöpfung laden, um Zorn der Schöpfung der Bewahrung zu entfessern. Okay, das muss ich aufladen. Oh, er ist voll. So gut. Oh, das war's. Oh, das war's. Die haben alle irgendwie ein Schild. Ne? Oh, das war's. 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 Oh, ja. Du kannst nicht schlafen! Clemency? Ich habe das nie gehört. Ich bin auf der Garten. Stay right there while I give you a present! Das ist ein Scherberg. Was ist denn da? So cool. I can't wait to see him. Oh. You're annoying. You can't run. With me out here, how can we lose? Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Clemency? Never heard of it. The time is now. Try that again. You can't run. Time to shoot. What's in your prescription? Don't worry about me. Don't worry about me. Come on, let's go. I'm not making me cry. I'm not making me cry. I'm not making me cry. Jetzt hat sie sich einfach wieder vollgemacht. Let's them feel good! Stay right there while I give you a present! The power of the Stellarron is with me! You are but cinders of the old world, soon to become ashes! You are the architect of the new world! Lamps ablaze! Flaming Lamps! Forward! Forward! Gotta get those Vitamins! With me out here? How can we lose? You can't run! You can't run! You can't run! You can't run! I have no interest in stupid cuddles! You can't run! You can't run! I can't run! I can't run! I can't run! You can't run! You can't run! You can't run! You can't ride! Oh, schön ist weg. Jetzt ist sie schön wieder da. Oh, schön. Oh, schön. Das war's für heute. Ich bin der Weak. Du kannst nicht runnen! Und die Reise. Lemotny, ich habe nie gehört von den Times. Ich habe die Vitamins bekommen. Die Wahrheit der Leben und der Todes mit diesem Sanctuary ist nur eine Vision. Schau mal das! Oh, ich werde der Architekt von einem neuen Welt. Versuch das wieder! Time to show's. Oh, drauf. Oh, drauf. Bitte stirbt doch endlich und bitte nicht noch eine Phase, ey. Komm, bitte seid rot. Endlich, oder? Komm, bitte. Tod, Alter. Oha. Deceptual? 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 Was er jetzt? Was ist dahinter? So wie er reagiert nicht wirklich? Oh 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 Jetzt muss ich über die Schuldigen des Verteidens des Verteidens. Und... ...discard meine naïve fantasien. Oh. Entschuldigung, Sila. Bitte... ...ein secret mit mir. Bis zum Ende unserer Leben. Ich sage nichts mehr. Ich weiß, was ich tun. Thank you. Well then. As promised. Let's start rebuilding the bridge between the overworld and the underworld. Hm. Heftiger quest. Holy moly. ... Kannst du allen in der Unterwelt sagen, dass die Stellaron wurde geöffnet? Und sagen, dass die Blockade bald wird... Natürlich, lass es mit mir. Nat ist wahrscheinlich furchtbar über die Verlust. Während du das machst, ich gehe zurück in der... ...Administrative District. Ich muss Jabbard erzählen. Bist du okay? Was ist passiert, Brawnia? Ich bin... Ich bin okay. Sie ist entzündet. Quick, wir müssen uns etwas denken. Du, hilf mir hier! Ich bin ein Unterwelt, aber ich bin nicht so großartig wie Sie. Dann werden wir uns nicht zu lassen. Ich glaube, nicht zu Ihnen. Erinnern Sie, dass Sie das Geheimnis haben. Für Brawn... Nein, für Bellobock. Also, willst du uns erzählen, was da hinten passiert? you can just reappear on the battlefield with the weapon in your hands and skip the story you drew the Amber Lord's gaze right at that moment that's too much of a coincidence he probably doesn't know what happened either this wouldn't be the first time Oh. Begib dich auch in Wattneuen Pfad. Ja, bitte. Finde ich toll. Ach, darf ich jetzt immer wechseln? Ja. Wäre toll, wenn ich das kann. Hin und her. Ach, cool. Ja. Das heißt aber, ich muss ihm auch eine andere Waffe geben. Bewahrung. Ja. Wersamkeit. Ah, das ist Bewahrung. Ich habe jetzt keine gute Waffe für ihn. Okay, der heilt sich dann selber. Puh, das kann man höher machen. Ich mache das erst mal da rein. Welches Sinn ist, wenn der Schwächebruch an einem Gegner verursacht. Das ist ja fast selber, oder? Das ist eigentlich ein geiles Teil. Ich habe tatsächlich nichts anderes, außer diese eine Waffe. Das kann ja dann jemand mit Zerstörung anziehen. Das kann er ja auch eher wieder tragen, Peter. Das ist eigentlich genau das, was wir haben. Na, da habe ich doch jede Menge. Ich weiß nicht, dass ich etwas Besseres kriege. Oh. Was ist das eigentlich? Wenn der sich heilen kann, ist das, glaube ich, Hohler und Heiligungen. Ja. so da ist es für heute jetzt erstmal zu ende es war eine ganze session von über zwei stunden und der kampf dauerte ewig zwei stunden 34 minuten wir sehen uns beim folge questern